Ja, jetzt endlich kommt er dran, der neuste Hartz 4 Newsletter und klar, weiterer Irrsinn auf dieser Welt, hold the line please und wer sich das dann anschauen möchte, sehr gerne bei Bitschut, bei VK, die sich den Trailer bei Wettnuss TV aufrufen, ist jetzt langsam langweilig, ist mir schon klar, dennoch den besagten Link in die Browserzeile einfügen, zur Lieblingsplattform gelangen und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!